Ja, herzlich willkommen zum Glückskongress von Happiness House. Ich bin Marc Grewul und bin Körperdolmetscher und freue mich darauf, euch zu erzählen, wie ich bei mir in der Praxis arbeite und wie ich versuche, in Worte zu fassen, was Menschen ohne Worte sagen und was damit alles möglich ist. Bis dann, ich freue mich auf euch.